hallo und herzlich willkommen ich bin der ipanex und ich begrüße euch zu mal wieder einem lootrader video ja und ich hoffe dass die aufnahme diesmal synchron ist ich kämpfe seit einiger zeit dass die aufnahmen immer nicht ganz synchron sind ja woran es liegt ich habe keine ahnung aber so wie es jetzt gerade aussieht sieht danach aus dass es wieder nicht synchron ist aber ich nehme es jetzt einfach auf ich hoffe ihr euch stört das dann nicht wenn es später ein wenig asynchron ist so und die box öffnet sich ich glaube erst mal drinnen rum da habe ich was gummiartiges so blinkt heim ist das eine armbanduhr ist das eine uhr wristwatch press to watch heilige scheiße wenn man da drauf drückt dann kommt die uhrzeit achtet mal leute ich finde das ding gar nicht schlecht es macht zwar ein leicht wenig billigen eindruck also hier kann euch das aber zeigen wir sind so metallstäbe drin seht ihr wahrscheinlich hier unten ein bisschen besser in dem unteren bereich hier und es sieht so aus als ob sich das schnell raus reißt schon scharf macht er nicht okay aber so an sich geile idee und und yes chucky die mörderpuppe das ist das ist einer meiner lieblings filme ich liebe diesen film ist einfach so geil das ist echt geil das gefällt mir richtig gut man weiß ja nicht wo die hinkommt ich denke mal irgendwann in mein gaming zimmer so dr who ja als brite müsste ich eigentlich voller dr who fan sein paar mal reingeguckt ist nicht ganz meine welt drauf so und da ja hier ist ein auf der rückseite ist diesmal ein game key drauf den zeige ich jetzt nicht in der kamera weil ich weiß nicht ob ich den äh schon aktiviert habe bis das video online kommt aber ich kann ja mal so da steht dann nämlich game key und da drunter steht mein key und deswegen ich weiß noch nicht ob ich es geschafft habe bis dass den zu aktivieren bis dahin deswegen zeige ich dir noch nicht aber jetzt zeige ich euch das t shirt das highlight jeder box so was haben wir ein dr who aber ich muss ehrlich sagen das ganze im grand theft auto design und ich finde es eigentlich ziemlich cool also ich finde ja jetzt dr who nicht scheiße ich finde es einfach nur nicht so gut wie manch andere serie deswegen aber das ist geil das werde ich auf jeden fall tragen so das war schon ok ok ja da haben wir die schacki plüschpuppe dr who die button salt die uhr und das gta shirt und das steht alles im thema des time to kill ja ja daher diesmal der april loot steht auch oben april 2016 time to kill finde ich zufrieden also muss ich wirklich sagen also gut die uhr ist zwar ein funny gadget muss ich nicht haben die hier ist ein absolutes muss ich finde ich einfach geil und das t shirt finde ich auch sogar richtig geil also dafür dass das dr who viele werden mich jetzt dafür verfluchen dass ich sage dass es nur dr who ist für manche wäre das das größte überhaupt aber ich finde super und es gibt ein game key jetzt muss ich ihn gleich schnell aktivieren so ich finde es gut mir gefällt geiles zeug geiler shit eigentlich wie immer also ich bin immer recht zufrieden ich bin leicht zufrieden zu stellen so und ich würde sagen das war's diesmal schnelle runde eigentlich diesmal trinke ich halt noch einen schluck und ich sag mal wenn es euch gefallen hat lassen leider lassen aber und vergisst die kommen jetzt nicht und ich sage bis zum nächsten mal bis dahin